Hallo, mein Name ist Putin Putin, Midovitsche Putin. In letzter Zeit es gab stinkige Gerüchte über mich, ja? Warum ich bin seit einer Woche verschwunden, ja? Menschen sagen, ich bin Krankenwagen. Menschen sagen, ich bin tot. Menschen sagen, ich bin Schweiz mit kleiner Baby Putin, ja? Alles westliche Propaganda. Gerüchte sind ohne Halt. Putin ist ein Leben, ja? Ganz klar, ich habe Stärke von Tiger, ja? Ich bin sibirische Tuntra von Bergeborn, ja? Mich haut nichts um, stark wie Igor. Wahrheit ist, ich habe ein paar pro Monat Netflix. Ich habe geschaut, raus auf Katz, damit ich weiß, wie Obama denkt. Putin, schlauer Steppenfuchs, ja? Gut für Putin, gut für Russland, gut für Welt. Ok, tschüss. Hey, hallo Netflix. Na, hier, ich habe eine Frage. Ich habe so ein Video gemacht und da habe ich euch so irgendwie so ein bisschen versteckt, ein bisschen Werbung für euch gemacht. Kann ich da irgendwie ein bisschen Kohle für kriegen oder sowas? Ist das möglich? Huh? Ihr fandet es kacke? War nicht lustig? Ah, ok, pff, ey, ich kann da noch was dran ändern oder sowas. Hallo? Ah, fuck. Ah, fuck. Ah, fuck. Untertitelung. BR 2018